Bester Name, Digga, gruselige Gruft! Bester Name, Digga. Ist nicht gemutet. Ich bin vielleicht auf Xbox nicht gemutet, aber in meinem Mischpult schon. Das heißt, ich kann sagen, was ich will, aber man nimmt es... Warte, wie lange lädt das bitte? Okay, keine Katzchen, okay. Interessant, man kommt einfach direkt rein, okay. Du, 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 ich geh mal ganz kurz hier oben lang, hier ist ein Weg. Okay, hier. Hast du hier oben etwas? Ja, hab ich gemacht. Das Ding ist jetzt einfach... Haaa, ich kann schon rumrennen. Ja, okay. Power of Xbox X, Digga. Ist hier unten noch etwas? Ne, ist auch nichts okay. Ja, okay, dann lassen wir weitermachen, ne? Komm hier durch? Na gut, wir müssen eh hier oben lang, ne? So, rein. Oh, schwer, so eine. Schwer so eine Höhle gefunden. Oh Gott. So. Einfach rein hier. Ja, moin. Einfach rein hier, bam. Bist du hier oben? Gar nichts, ah. Du auch, Anderman. Was? Oh, ich hab schon wieder ein Schwert gekriegt. Ach ja, schon ziemlich einfach. Wer hat dieses komische Geräusch mit dem Bogen? Ist das mein Bogen oder einer von euch? Dieses Bung, 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 Bung? Das bin ich. Es ist urleicht, das Spiel. Noch, Anderman, noch. Das ist das zweite Level. Aber guck nicht mal, die Steine, die fallen runter. Ja, moin. Ja, dann machen wir... Wir machen einfach immer wieder von Mission zu Mission Schlichtgradgrad höher, bis wir dann einfach mal drauf gehen. Oh, Spitzhack. Jetzt hast du mal wieder Tod, der gab mal Kettchen. Ich hab einen Spitzhack gefunden. Oh, ich bin so starben, fuck. Ja, dann heil dich, Anderman, heil dich, heil dich, heil dich. Jetzt kann ich nicht sein, haha. Wieso nehmt ihr alle so viel Damage? Ich hab immer noch volle Nehmen. Oh, hier ist ein Zombie aufgeploppt. Hä, ist verschwunden. Hauptsache, ich finde die ganze Zeit irgendeine Scheiße oder so. Also ich hab so gar nichts gefunden hier in der ganzen Runden. Ich schau mich mal ganz kurz hier oben um, hier ist auch noch was. Oh Gott, bei mir sind ganz viele Gegner. Bei mir ist noch was. Ja, bei mir sind viele Gegner. Piss dich! Na moin, hat tot. Oh, ich hab keine Pfeile mehr, muss rein. Geh weg, geh weg, geh weg. Aber ich hab aus Versehen meinen Todespilz gegessen. Leute, bei mir sind Schätze. Bei mir sind ganz viele Jubilen. Bei mir sind ganz viele Jubilen. Geh weg. Jetzt hab ich das überlebt hab. Levelaufstieg. Versorgungspunkt. Nice, kann ich ja wieder investieren. Investieren nennt er das. Ja, wie soll ich das sonst nennen? Das ist ja investieren, Junge. Nein. Levelaufstieg. Ja, jetzt hast du auch wieder einen neuen Punkt zu verteilen. Creeper. Ja. Der war knapp, kurz vorm Explodieren war der Gegner. Der war richtig. Ah, der hat auch noch einen Pfeil. Ich hab null. Belastend. Lass mal hier unten langgehen, hier waren wir noch nicht. Warum macht das dir so viel Damage? Bruder, du bist halt eine Creeper explodiert, du bist fast tot. Ich geh mal hier lang. Ach, hier ist nichts. Hab schon gesehen. Ist das unten etwas? Oh, oh, oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier war einfach Pfeife, der ging ganz einfach ganz dicht am Rand lang. Hier ist irgendwie was. Hey, was ist hier unten? Gar nichts. Ah, ihr seid da unten lang gerannt, okay. Oh, da ist was. Ich geh mal hier lang. Oh, okay, jetzt kommt's. Enderman, lol. Hab ich schon einen Enderman? Habt ihr grad gegen den Enderman? Ah ne, er kann sich teleportieren. Ach so. Hier ist irgendein Gegner, der Gegner teleportieren kann. Anders kann ich ihm das nicht erklären. Das ist einfach keine Spielzocke. Warum kommen hier immer mehr Skelette? Das ist Hessen. Was ist mit dir? Warum schlippst du immer so schnell? Warum schlippst du? Ich weiß es nicht. Lol, ihr kann hier... Lol, was mach ich hier gerade? Ein Scherz Creeper oder so. Ich glaub, meine Rüstung ist ziemlich gut und geht dazu eurer Rüstung, Alter. Na guck mal, wenn ein Creeper bei mir explodiert, bin ich nicht mal halb tot. Guckt euch das an. Ich geh nicht mal halb tot vom Creeper. Oh, das ist ein Pop. Shit! Sind hier viele! Warum sind hier so viele Creeper? Ich meine, ich überlebe es immer, aber... Bei mir ist ein Juwel-Ding. Bei mir, bei mir oben. Bei mir oben. Genau hier oben, genau. Oh Gott, so viele Creeper! Geh weg von mir! Es heißt, du brauchst bessere Rüstung. No shit! Wie kommst du da rauf? Oh mein Gott! Ich weiß nicht. Ich geh doch mal hier lang. Vielleicht ist da unten auch noch was. Oh! Ich darf kein... Ich kann mich noch nicht wieder heilen. Oh oh! Was hab ich getan? Bei mir ist ein Gegner! Ich hab Wellen getriggert. Bei mir kommt wahrscheinlich ne Kiste später. Oh shit, ich bin doch weg. Oh man, kommst du und hilfst du oder was? Na warte. Wir müssen da aufgehen, ne? Ja, aber ich hab ne Challenge abgenommen. Ich krieg mir ne Kiste vielleicht. Vielleicht kommst du keine, wenn du nicht dabei bist oder so. Weiß ich nicht. Hier ist die Kiste! Oh! 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 Na ja, Rüstung! Nice! Nice! Anderman ist tot im Moment. Hier ist noch ne Kiste, genau. Ja, ich konnte da nichts machen. So, wir müssen uns jetzt relativ zügig zu Anderman beeilen. Guck mal, 30 Sekunden kriegen wir Schaden, dann sind wir glaub ich tot. Wir müssen jetzt zu Anderman, weil er alleine losgerannt ist wie ein Dulli. Haben wir es jetzt ein bisschen eilig. Hier, beliebt du ihn wieder, ich verteidige. Obwohl, kann ich ihnen helfen? Ne, gut, warte mal. Gut. Nice, danke. Ich kann mich grad nicht bewegen. So, wo sind ganz viele Gegner? Sag mal Bescheid, wir ganz viele Gegner da sind, dann jiete ich meinen TNT-Kurs rein. Ich find das so gut, der muss einfach nur in meiner Nähe sein und kriegt Damage. So gut einfach, dieser Effekt. Ich würd's kacken, dass du stehen bleiben musst, wenn du Angriffe machst. Das ist so nervig. Oh, da ist irgendwas. Shit. Oh, das ist aufgegangen. Aber ich kann durch die Wand angreifen. Na, Kerze. Yo, mein Schwerst macht jetzt Feuer. Damage ist halt, die kriegen noch 1er Ticks im Nachhinein. Ja, bei mir kriegen sie 2er Ticks, wenn sie nur in meinem Bereich stehen. Das ist so gut. Ich bin ein richtiges Nahkampf-Biest. Eigentlich bin ich übrigens der Tank. Ich mach Flächendamage, wenn die mal in der Nähe sind. Und ich halt ne Menge aus. Es ist halt aufgehoben. Spitzhacke. Lord, das ist eine Spitzhacke. Könnt ihr nochmal kurz bei mir unten lang gehen? Ich hab noch was Optionales gefunden. Oh Gott. Könnt ihr kurz helfen, Leute? Könnt ihr kurz runterkommen hier? Bei mir ist ein Boot. Ich bin noch weg. Ja, könnt ihr bitte ganz kurz nochmal hier ein bisschen... Oh! Muss ich grad hier nochmal um die Tür kurz nochmal kurz zu kümmern. Alter, wie viele Ports sind da bitte? Alter, bei mir ist so viel Loot. Ja, würdet ihr bitte ganz kurz zu mir kommen, damit wir das Optionale erstmal abhacken können hier unten? Ja, ich bin noch weg. Ich bin noch weg. Ich bin noch weg. Oh, Digga. Ich bin noch weg. Dumm tot, Alter. Ich bin bei dir gestorben, Digga. Uhuhuhu. Ich wollte dich nicht heilen, Alter. Piss dich! Ahhhh! Ah nein, wo bleibst du? Ah nein, wo bleibst du, Alter? Warum hilfst du uns nicht? 14 Sekunden beginnt die Nacht, Alter. Dann sind wir tot. Anderman, warum hilfst du nicht? Ja, ich komm nicht weg. Zu mir. Jetzt kann ich. Rennen, 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 rennen. Nein! Ah, shit! Wir müssen dich jetzt ganz schön wieder beleben. Ah, gut. Nice. Einmal wieder beleben, Boys. Was ist das für Anderman? Anderman, halt dich mal bitte, wenn du kannst. Nein, das kam ich nicht dran. Oh! Hier, das ist ein Schatz, ein Schwein! Ein Schatz, ein Schwein ist hier! Einen! 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 Den belebe ich ihn wieder! Hau wieder zu beleben, du Idiot! Ich hab nicht mal einen Millimeter Leben! Shit, 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 shit! Oh! Ich hab nicht mal einen Millimeter Leben! Ich blocker's fix. Also ich kann nichts aussagen, weil mein Invental wahrscheinlich voll ist, okay. Oh, da ist mal irgendwas! Oh! Und dein Grab! Geil, neue Rüstung! Nice! Ja, ich hab auch schon wieder neue Rüstung, Digga! Warum krieg ich die ganze Zeit nur Rüstung? Die schlechte! Ich hab ein neues Schwert bekommen. Digga, ich bekomm permanent neue Rüstung! Ähm, Manning, äh, ne. Oh, ich hab so kranke Rüstung. Warte mal ganz kurz. Also Manning kannst nicht mitspielen, Digga. Mann, hier, Trio. Äh, Angel, genau. So, die kann weg, die bräuch ich nicht mehr. Das Ding kann weg, das bräuch ich nicht. Schwert. Oh, bei mir sind so viele Creeper, Mann. Ähm, was, was ist denn, was hat die Spitzhacke für ein Effekt? Warte mal. Verzaubern. Die macht einfach viel Damage und das war's. Erhalte mehr Semarakte von besiegten Gegnern! Plus 100% Wahrscheinlichkeit! Also du bekommst 100% Semarakte, oder? Anscheinend schon, ja. Ja, kann ich gar nicht mehr kassieren. Ich muss auch heal. Oh, Gott! Oh, mein Maul fließt auch, geil. Loll! Loll! Meine Pickaxe sind übelst stark! Ich one-hitte hier den Gegner! Holy shit, ich one-hitte alles! Sogar Creeper! Ja, ich auch. Könnt ihr bitte zu mir kommen, Leute? Also gehst du aber, komm. Leute, wie sieht's aus? Nein, 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 nein! Oh, jetzt seid ihr schon wieder hier drauf gegangen. Ich muss auch mal kurz. So, wieder für Leben. So. Ja, was geht? Ach, hier oben ist die Kiste. Ah, interessant. Oh, jemand von euch hat einen Wolf? Halt's ab! Ja, das... Leute, würde... Achso, hier oben ist auch noch ein Nut. Okay, machen wir jetzt ganz kurz hier oben fertig. Ja, einen Wolf. Ja, fahren. Einfach, einfach. Einfach One-Hit. Alles egal. Mein Alter! Meine Fa... Alter! Habt ihr das gerade gesehen? Mein Pfeil macht so eine Kurve! Ja, moin! Oh! So, Junge, ist nichts mehr! Mein Pfeil ist sozusagen wie der von... mit dem Einschieben von Guardians auf die Galaxy, Alter. Mit dem Pfeifen steuere ich den. So, Leute, jetzt bitte mitkommen bei mir. Jetzt bitte zu mir geschlossen mitkommen. Auch du, Anna-Man. Wo bist denn du? Einfach geradeaus unten weiter rein, genau. Hier einfach mitkommen. Wieso könnt ihr euch alle Hunde holen? Was ist das? Na, ich hab so eine Keule gefunden. Ich auch. Okay. Die Keule musst du einfach nur unten in deine Leiste ziehen. Dann kannst du die aktivieren. Achso, ja, gut. Da hab ich andere Sachen. Was ist denn meine Angel? Was kann ich mit der Angel? Ach, die oben sind noch gefehlen. Hab ich gleich gesehen. Oh, ein Schwert! Ja, nice. Oh, ich hab's gerade... Ich wollte gerade auch eins einsammeln, aber ging nicht. Warte mal, ich guck mal ganz kurz, was mein Y ist. Dafür bräuchte ich einen Gegner. Was haben die? Leute, man kann ich gehen da rein holen. Na ja. Ich hab immer so eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass ich Juwelen krieg. Komm, holen. Schaden. Schaden. Guck mal, wie viele Juwelen ich droppe? Kriegt ihr die auch? Wenn ich was töte? Kommen wir euch auch Juwelen? Ja. Heftig. Ich hab jetzt mittlerweile 396 Juwelen. Bin eben so schwer draußen, ne? Ich hab 201. Wollen wir's abschließen, das Gebiet? Ja, müssen wir trotzdem hier lang, ne? Also das ist der richtige Weg, den wir gerade beschreiben. Nee, ich hab ein Buch gefunden. Wo seid ihr bitte? Hier ist der richtige Weg. Als ob du... Nee, komm bitte raus. Ich hab ein Buch gefunden. Wir sind draußen, also müssen wir wieder rein, du Idiot. Komm doch mal rein. Ich hab ein Buch gefunden. Einfach pfeifertiger. Wir können nicht rein. Wir können nicht rein. Wir können nicht zurück. Ja, ich aktiviere das Buch. Ey, geh jetzt nicht drauf, Alter. Wir können dich nicht heilen, ne? Wie? Du gehst jetzt drauf, Anderman. Lass mal kurz hier unten lang gehen. Könnte was sein? Er geht jetzt so safe drauf, Alter. Ich seh schon. Ey, ohne Witz. Ja, wir können halt nichts dagegen machen, wenn er jetzt drauf geht. Sind wir gepickt. Im Arsch. Und ich bekomme so viele Games einfach mit dieser Pickaxe. Das ist der Wahnsinn. Wenn ich irgendwas töte, droppt es immer in den Juwelen. Manchmal kommen da sechs Juwelen bei einem Gegner raus. Das ist einfach crazy. Obwohl wir könnten hier, glaub ich, noch mal rein in die Höhle. Vielleicht noch was anderes. Boah, ich bin... Scherz-Creeper. Oh, Creeper, du Arsch. Äh, kommst du kurz mit? Bevor wir da weitergehen? Lass mal noch mal hier reingehen. So. Heller mit. So, und rein. Ach du, Kacke! Ach du! Oh mein Gott! Oh Gott! Jesus Christ! Man kann's doch übertreiben! Oh Leute, ich mach Gift-Damage schon mal! Ja, ist das Grüne. Ich hab's gesehen. Oh, Digger. Heil dich! Achso! Ich heil mich! Rein! 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 Also hier ist ne Ecke. Gut. Von hier können wir uns verteidigen. So. Ich komm jetzt zur Satür. Besser ist. Achso, schon werden wir uns und die teleportieren können, glaub ich, ne? Egal. Ja! Ja! Ich hab's probiert. Geht nicht. Ah! Wir müssen uns gar nicht zurück teleportieren. Jungs, ich brauch Hilfe! Jungs, ich brauch Hilfe! Oh! Alter! Meiner! Ja! Warte mal! Schieß'n Fall rein! Boah! Hab ich die gerettet? Hab ich die gerettet? Ich will diese scheiße Apfel einsammeln! Ja, die sind für mich grad aber anders scheiße. Warum? Guckt euch meine Lehm an, Alter! Warum hab ich immer so wenig Lehm? Schaut euch mal meine Lehm an! Die ist quasi nicht vorhanden! Ha! Trank! Okay! Noch mehr Games! Jetzt hab ich schon 405! 405! 406! Krieg doch bei mir! Hm! Bin aufm Weg! Ich zieh durch, Bruder! Du machst nichts! Nein, ich mach halt so viel Schaden mit der Spitzhack! Das ist ja Wahnsinn! Ja, ich auch! Hast du auch dieses Perk, dass du Juwelen bekommst und du ertötest? Nee! Achso, okay! Nein! Ja, warte! Nein! Ich hab zwei Explosionen überlebt! Ich bin doch fast tot! Oh! Perle, nass! Verzieh dich! Lul, ich hab ne Rüstung plus 9 bekommen! Ich hab ne plus 13, ja! Oh, ist ne Kiste hinten! Hier drin ist ne Kiste! Ich hab schon wieder ne Rüstung bekommen! Warum bekomm ich nur Rüstung? Ich mein, wie ich die droppen könnte, wär das so gut, ne? Aber ich krieg halt immer nur Rüstung! Und du kannst die nicht droppen! Ähm, ich, äh, verwerte die direkt, damit ich mehr Platz im Moment hab! Das Schwert kann auch verwertet werden! Ja, das kann auch verwertet werden! So, wo geht's jetzt weiter da? Was hast du für ne Verzauberung? Lass mich mal ganz kurz nachkommen! Wenn du, äh, einen Heiltrag verwendest, erleidest du für ne kurze Zeit 90% weniger Schaden! Oh, die steht! Du fügst, äh, einem Gegner selbst Schaden zu, wenn du ihn Schaden, wenn du durch ihn Schaden erleidest! Achso, Dornen, achso, okay! Ja gut, der einzige, der mir Schaden macht, ist ein Creeper und der explodiert halt, ne? Also, dem braucht er keine Schaden mehr machen! Schwierig! Verwerten! Oder warte mal, ich könnte natürlich auch das hier, glaub ich, äh... Ja, noch mehr Juwelen! Ja, ich... Ähm, ihr könnt übrigens, äh, eine Sache auf eurer Waffe öfter upgraden, ne? Wo zur Hölle seid ihr? Also, ihr seid hier irgendwo! Ich hab grad, äh, meine Pickaxe mit Juwelen auf Stufe 2 gehauen! Ah, ich würd's alles verwerten, wirklich! Ja, alles, was ich nicht brauch, immer direkt verwerten, ne? Das ist das Beste, was du machen kannst! Weil da hast du Platz in dein Eventar frei! Ich weiß nicht, ob man unbegrenzt mitnehmen kann! Aber ich denk mir nicht, dass es so ist! Das weiß ich nicht! Ja, deswegen würd ich immer... immer weg damit! Wenn du's nicht mehr brauchst, immer weg damit! Okay, hier ist nichts mehr! Ja, also dieses Ding haben wir komplett durchgemacht, die Gruft! Die Gruft ist komplett abgegrast! 100%! Das ist keine Hecken mehr frei! Kommt, was rausgehen! Ach, in diese Gruft können wir nochmal zurückgehen! Ah ja, und die andere nicht! Ich unhör ich was! Ich glaub, wenn wir bei der einen rausgegangen sind, wär's bei derchen wieder... äh... reingehen! Okay, mehr ist hier auch nicht! Ich dachte, hier wär noch irgendwas... Besteckt oder so! Weil die Gegner waren! Einfach mal gar nichts! Spiel gönnt einfach nicht! Wie viele Juwelen habt ihr? Äh... 486! 445! Und noch mehr Juwelen getrobt! Hier sind noch mehr Juwelen! Ey, je nach kommt ein dickes Pack opening nach diesem Level, ne? Bruder! Hier oben sind noch mehr! Gott, hier sind noch zwei... äh... äh... Truhe! Oh, das ist ein starker... Bist du? Nagisch macht nur Damage! Achtung, er macht extrem viel Schaden, der Große! Komm, nicht zu euch! Was macht er? Gar nichts macht er hier! Schack, zack, 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 zack! Let's go, Digga! Bam, 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 bam! Immer noch gehen! Aber dieses Game macht so grog! Ist halt... Minecraft... Also... Diablo-Minecraft, kann man sagen! Ihr müsst mal unbedingt noch hier oben lang gehen, ne? Ich hab hier hinten noch was gelootet, da sind auch noch ein paar Games! Ich hab keine Falle mehr! Zauberer! Zauberer ist tot! Nest! Ne, warte mal, das ist der richtige Weg! Zurück, Andermann, zurück! Das ist der richtige Weg! Wir gehen erstmal alle anderen Wege durch! Oh, da! Warte, warte, da ist Loot! Hast du die Kisse geöffnet gerade? Ne, im Pott! Ja, mit Games, Andermann, musst du Bescheid sagen, weil die müssen wir selber alle auch einsammeln! Stellt euch mal... Stellt euch mal vor, die Standard-Minecraft-Version würde irgendwann so gut aussehen, diese Version hier! Leute, kommt mal mit! Das heißt, nicht dahinten lang gehen, das ist der richtige Weg! Wir gehen erstmal alles optional durch! Hier sind noch, geht er bei mir! Hier ist noch ein Juwelen-Pot bei mir direkt! Okay! Und 514 Juwelen! Oh, ein Bogen! Oh, ein geiler Bogen! So! Zack, kein Damage! Hier ist ne Kiste bei mir! Bei mir ist ne geile Kiste! Eine goldene Kiste ist bei mir wieder! Hier ist bestimmt wieder kranker Loot drinne! Ein Bogen! Okay! Oh Gott, so viele Games! Oh, Bruder! Heftige, heftige Games waren noch gerade! Oha, Spitzhacke! Na, schade, hier ist nichts! So, vielleicht ist hier um noch etwas! Okay, 12 Verzauberungen! Okay, hier ist nichts mehr! Wir können wieder zurückgehen! Dauer! Okay, geil! Ich halte mich mal ganz kurz! Ich dunze einfach mal mit Trank! Jetzt gehen wir mal ganz kurz hier um lang! Weil hier unten könnte auch noch was sein! Hier ist gar nichts! Es ist einfach Ende! Lol! Die V, die Entwickler! Guck euch mal das an! Hier ist nichts! Einfach nichts! Nicht mal Gras ist da drauf, Digga! Einfach nichts! Klotz schön weiter gegen die Wand, Digga! Ja, ich wollte erst mal angucken! Boah, stell dich mal vor, hier gäbe es noch ein Pilz-Level oder ein! Okay, Assassin! Als ob das als tot gewertet wird, dass du gestorben bist, Alter! Du hast einen Token dadurch verloren, glaube ich, ne? Würde mich alles täuschen! Ja doch, hier ist Level-Ende! Wir sind durch! Verlassen! Muss nur du rankommen, Assassin! Dann kommen wir hier raus! Verlassen! Verlassen! Ihr drückt auch A gerade, oder? Ja! Ich auch! Ich kann nicht verlassen! Lass doch mal weggehen! Kommt nochmal her! Kommt nochmal her! So! Jetzt stehen wir uns alle hier hinten hin! Jetzt gehen wir alle geschlossen da hin! So! Und jetzt! A! Ne! Ähm! Ich glaube der Spielsverpack kann das sein! Da steht oben rechts, Verlasse die Gruft! Ja! Habe ich vielleicht irgendwas vergessen? Weiß nicht! Was tut da, Digga? Jo! Warte mal! Wo kann man denn auf die Karte schauen? Hm! Falt hast du nach unten! Warte mal! Mir wird noch ne Kiste angezeigt! Mir wird noch was Leuchtendes angezeigt! In der Kiste auch noch was Leuchtendes! Lass mal da hingehen! Ja! Da ist eine Kiste! Da unten! Als ob! Was ist das denn? Verlasse die Gruft! Ansonst geben wir nochmal an die Gruft! Dann geben wir nochmal da hin! Es kann aber auch sein! Wissen wir noch diese eine Gruft wo wir rausgegangen sind! Wo Annemann gestorben ist! Dass vielleicht der Missionsfortritt nicht gespeichert wurde! Weil Annemann nicht die Gruft verlassen hat! Das kann auch sein! Dass Annemann die Gruft nicht verlassen hat! Weil er sich zu uns herputiert hat! Weil wir schon draußen waren! Und dann wird der Fortschritt für ihn nicht gespeichert! Und unsere Mission geht nicht weiter! Da müssen wir rauskommen! Wie jetzt? Kann auch sein oder nicht? Da gehts ja noch weiter da! Wo gehts noch weiter! Da! Ja hier hinten waren wir auch noch gar nicht ne! Siehste! Da ist einmal das Gebiet! Ja der Mann stimmt mal ganz kurz! Wir sind sehr weit weg von dir! Stimmt mal ganz kurz! Ja ich mach hier alle gegen den Wornhits! Also trotzdem ein bisschen warten! Achso das heißt wenn du rollst dann kannst du danach nur noch gehen! Das heißt du bist langsamer im Endeffekt! Weil ich die ganze Zeit durchspringen kann! Okay aber da ist auch nichts! Ja der ist doch noch ne Ecke ne! Ja aber da ist nichts! Ja hier sind wir hier nicht rausgekommen! Ne! Sooo! Back damit! Hier ist auch ne Kiste! Ja da ist ne Kiste! Ähm! Oh jetzt schon wieder ne Rüstung! Schon wieder eine Stufe 13 der Rüstung! Hier Moin! Vielleicht! Vielleicht müssen wir nochmal in die Gruft! Annamen du bist fast tot ne! Heil dich mal lieber! Ich kann mich nicht heilen! Ihr habt ja nicht dieses Buch eingesammelt! Ich hab's eingesammelt! Warte mal! Geh mal nochmal in die Gruft rein! Weißt! Und schau mal auf die Karte! Ja aber da können wir ja nicht rein! Wir können da ja noch nicht mal reingehen! Sicher! Nein! Dann können wir mal reingehen! Kannen wir nicht! In das Gebäude doch! Wenn du reingehen kannst dann geh du mal rein! Andermann dann transportieren wir uns zu dir! Es wird doch angezeigt! Es wird doch angezeigt! Ne wir reden von der anderen Gruft! Wir konnten in der anderen Gruft ja noch nicht nochmal reingehen! So! Die war hier oben bei mir! Da wo ich gerade bin ist die alte Gruft! Da ist jetzt die Gruft! Neues Ziel! Verlasse die Gruft! So! Vielleicht gibt's einen zweiten Ausgang! Ne! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Das ist ja keine Gruft! Warte mal kurz! Ja! Die Gruft ist damit gemeint! Die sollst du jetzt wieder verlassen! Andermann verlassen doch mal die Gruft da oben! Ja warte mal kurz! Warte ich geh auch noch mal rein! Ich geh auch noch mal rein! Sieg! Ich geh auch! Hä? 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 Ich konnte jetzt verlassen! Ich bin jetzt so mal hingegangen! Und hab mir gedacht! Okay! Geht's ja jetzt! Was machst du da alter? Warum kriegst das probiert bei dir? Ich hab mich ja gestreckt! Alles klar! Was machst du da mit den Kontakten von deinem Controller alter? Das gibt übrigens merkwürdig gerade! Das war ja urkomisch jetzt! Das war merkwürdig! Aber Leute! Wir müssen jetzt wirklich auf die Karte schauen! Okay! Wir müssen ja alles looten! Ja ja! Haben wir schon! Bis wieviel Uhr zockt ihr? Ja keine Ahnung! Lange ne? Würde ich sagen! So, ich war am Egal neus Suzuki novo petar frei geschaltet? Um neue Füße? Neue Füße? Ähm das hab ich meine ja auf die Andrew, wer macht schon ne Angel ganz genau? meye ne ne Angel alte! Eine Angel fuck'slich! Neu Bogen! Was hat der denn hier? Marte lassen wir nicht die ähhh Mission annehmen Was ist denn da? Wut, Rückstoßeffekt von Pfeilen, plus 200% Alter, wie geil sieht das aus? Das sieht richtig geil aus. Das Weizenfeld. Verwerten. Das heißt, was ist mit dir, Alter? Was machst du gerade für Geräusche die ganze Zeit? Ich hab dir netten, da ist der Digger. Jo, du hast eine Lanze. Ja, moin. Deine Lanze, Digger. Jetzt bin ich dran. Ah, okay. Okay, Schuppenrüft, Rüstung, Kraft 6. Danke für nichts. Nochmal. Hey, Jungs. It's gar the magic, Jungs. Wer seid ihr überhaupt, Alter? Sag mal, wenn die Dinger immer teurer, je mehr Juwelen wir haben? Irgendwie alles doch erst 84. Alter, du bist der Zauberer, was? Oder was? Jo, ich schau mal, wie viel ich die mache. Wie viel machst du? Ich sehe sie. Guck nochmal. 21, 21 und mit meinem Finalenschlag 31. Ich mach 27 pro Schlag einfach. Ich mach 36. Mit einem Schlag mit der Pickaxe. Ich hab grad ein richtiges Loot-Opening gemacht. Ich hab nur Müll bekommen. Nur Müll. Kraft 3 zu Söldner ausrüsten. Stimmt, ich hab ne Armbrust, ne? Stimmt, ich hab ne Armbrust bekommen. Alter, ist sie stark. Also die kann aber weg hier. Alter, schau mich an. Ja, das kann auch weg. Was ist denn? Verursach erhöhten Schaden bereits verwundeten Gegnern. Plus 50% mehr Schaden. Ja, moin. Oh, noch eine bessere Rüstung. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% fährt ein Blitz herab, der die Gegner in der Nähe Schaden zufü- Bitte? Ein Blitz. Fuck. What the fuck, Alter? Sex Damage ist scheiße. Das ist scheiße. Aber ich glaube, ich sollte die Armbrust annehmen, weil da kann ich zwei verschiedene Verzauberungen drauf haben. Dann hau ich mal ganz kurz diesen Bogen hier weg. Nein, ich hab meine Armbrust weggehauen. Oh, bin ich ein Idiot. Armbrust. Ja, der ist auch noch besser. Guck mal, er hat dieselbe Verzauberung so noch drauf. Warte mal. Tudi, Alter, ich hab aus Versehen, dass ich das weggehauen, was ich noch behalten wollte. Die kann auch auf jeden Fall weg. Die Sichel wollte ich behalten, genau. Warte mal, die alte Pickaxe hier kann weg. Die hat auch zwei Verzauberungen, kann ich hier drauf haben. Aber warum können manche Sachen zwei haben und manche nur eine Verzauberung? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich halt wirklich nicht. Ja. Ja, das kann weg, genau. Ich denke, was kann jetzt eigentlich meine Magierrüstung? 31 Gesundheit. Ich könnte auch noch die Rüstung machen. Was hat die hier nochmal? Ach so, stimmt, alles in Brand, was in der Nähe ist. Aber die hat drei mehr. Plus 48 Gesundheit, plus 33. Das ist schon ordentlich mehr, was das Ding hat. Ich würde... Oh, ich nicht. Ja, komm, nehmen wir den hier. Dann hauen wir das Ding mal weg, genau. Die werden wir erstmal noch behalten. So, hier erstmal verzaubern. Warte mal. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% wird eine kreisförmiger Bereich erzeugt, in dem Verbündete geheilt werden. Lol. Nimm ich mit. Könnte gute Fähigkeit sein, nimm ich mit. Yo! Ich mach 60 Damage. Großschlag. Alles klar, Junge. Ich mach 60 Damage. Okay, unten kann ich nichts upgraden. Gut. No, Assassin's Wizard, Alter. Ich bin aufgefahren. Diese Wizard. Ich will die Arme, Säger. Leck mich auf. Ich habe gerade Smaragde für irgendwas bekommen, Alter. Täusche ich mich da gerade. Geht's, wenn ich gerade für irgendwas Smaragd bekommen. Egal. Jungs, schaut mal, ich habe sogar Dogo, Alter. Ich öffne noch zwei Lootboxen. Holy Shit. Okay, die sah heftig aus. Ich glaube, ich habe auch eine kranke Rüstung bekommen. Hier. Oh, yo. Bin jetzt Paladin, Digga. Was machen wir als nächstes nasses Zoom? Aber Jungs, warte mal kurz, warte mal kurz. Was ist das denn hier? Verzauberung? Für den hundertsten erkundeten Block auf der Karte hältst du etwas Gesundheit zurück. Lol. Das heißt, ich kann einfach regenerieren, ohne irgendwas damit zu machen. Wenn du einen Heil-Trang verwendest, erleidest du für kurzzeit 90% weniger Schaden. Oh, da habe ich eh das hier nehmen. Yo. Ich verteile jetzt mit meinem Schlag. Ich mache ganz zum Schluss mal noch so einen Schlag, der quer geht. Der macht dann auf einmal zweimal Damage jetzt. Okay. Heftig. Warte mal, das war der Heil, genau. Und der kann weg. Verwerten, genau. 20. Äh, ja. Boah, ich habe nur viel Geld. Warte mal, guck. Schmied. So, wollen wir jetzt weitermachen, Boys? Ja, warte mal kurz. Oh, was ist das Trickbogen? Lol. Assassin, komm mal her, komm mal her. Ich zeig dir mal meine neue Taktik, komm mal her. Hier, achte mal auf die Figur. Hä? Okay. Da, hast du es gesehen, diesen Radius? Hast du die gerade gesehen? Ja. Das ist ein Heil-Ding. Wenn jemand von euch in der Nähe ist, wenn er sich... Ey, du schießt deine Pfeile gerade alle weg, ne? Noch neun, ey, das ist auf alle Fall weggeballert. So, Leute, jetzt kommt nächste Mission, let's go. Auf jeden Fall habe ich einen Heilfaktor, ne? Wenn ich damit schieße, dann heile ich. Also, die beiden Sachen haben wir abgeschlossen. War das Sumpfgebiet? Nein, jetzt kommen die Kürbisweide, oder? Nee, gut, löst du. Nee, lass doch nur Sumpf erstmal machen. Ich glaube, das ist das nächste. Sumpf ist das nächste. Kurz was einschränken. Nächste Anzeigen. Ja, nee, Kürbisweiden ist die nächste Mission. Nächste ist Kürbisweide. So, schnell einschränken. So. So, so, so. Kannst du dich nicht muten, Alter? Müssen wir die Scheiße mal hören? Ey, du bist so lost, Andermann. Einfach so lost. So, wir nehmen jetzt mal... Äh, wollen wir mal 5 nehmen? Empfohlene Kraft 22. Ich würde sagen, ja, oder? Leute, meine Kraft ist 11, Alter. Und empfohlene Kraft 22. Nee, dann nicht. Ja, dann nehmen wir 4, das hat 16. Hä, wo sieht man die Kraft? Ja, das kann ich sehen, wenn ich das einstelle. Kann und Kraft seht ihr im Menü, glaube ich.